Willkommen in unserem griechischen Restaurant Artemis, im Herzen von Quedlinburg. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unserem Restaurant mit Familie, Freunden oder zu einem Essen zu zweit und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Angebot an Speisen kulinarisch verwöhnen. Unser Restaurant öffnete bereits 1996 seine Pforten als erstes griechisches Restaurant in Quedlinburg. In gemütlicher Atmosphäre bieten wir Ihnen die beliebte, traditionelle griechische Küche mit vielen hochwertigen Spezialitäten und Köstlichkeiten. Die Vielfalt unserer Speisekarte wird Sie begeistern. Unsere Speisen werden stets frisch zubereitet und so kann es durchaus sein, dass die Zubereitung eine Weile in Anspruch nimmt. Vertreiben Sie sich doch einfach die Zeit bis zum Essen mit einem guten Getränk und genießen Sie inzwischen die sprichwörtliche griechische Gastfreundschaft. In der Hoffnung, dass es Ihnen bei uns gefällt, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Restaurant. Das Team von Restaurant Artemis freut sich auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017